so hallo meine lieben ich grüße euch alle alle die wieder mit dabei sind ich hoffe es geht euch gut ja ich hoffe ihr konntet aus den letzten legungen vom februar einiges für euch rausziehen viele sternzeichen ich habe das mal so beobachtet das ist wirklich immer abwechselnd mal gucken die einen mehr rein mal die anderen dass ich jetzt mal dahingestellt wir wollen uns jetzt mit dem monat märz beschäftigen einmal natürlich astrologische informationen für vorher für euch und dann ja natürlich für eure einzelnen sternzeichen ganz klar und die aszenenten natürlich nicht zu vergessen alle die in irgendeiner weise starke mit mitstreiter sagen wir mal haben in ihrem geburtshoroskop können natürlich dann jeweils unter den zeichen auch nachgucken ich fange jetzt erstmal mit der allgemeinen astrologischen kurz information fange ich jetzt mal an das gilt ja für alle sternzeichen was steht an im märz also am zweiten dritten haben wir erstmal den neumond in den fischen was schon mal sehr sehr gut ist das ist ein glücks neumond hat viel oder verspricht auch viel mit optimismus und auch hoffnung mehr freiheit wird es geben mehr offenheit ist jetzt auch die sache saturn spielt aber immer noch eine rolle sag ich mal und mahnt im grunde genommen hier auch dann zur besonnenheit das heißt nicht gleich drauf los nicht gleich aus den vollen sondern mit verstand an die sache ran gehen auch wenn jetzt lockerungen und so weiter bevorstehen mehr freiheit einfach auch da ist sag ich mal auch hier bitte nicht blind links drauf los sondern sich wirklich genau überlegen was man macht also mit besonnenheit vorgehen das ist nochmal der tipp von mir ab 6.3. gibt es eine energiewende es wird sich ab 6.3. auch alles ein bisschen besser werden man empfindet das auch so dass es einem besser geht wie gesagt vielleicht hängt es auch einfach mit dem neumond auch zusammen dass wieder etwas mehr hoffnung optimismus besteht dass wir dieses jahr auch mit corona sag ich mal ein bisschen besser in griff kriegen dass die zahlen zurückgehen dass wir uns allgemein wieder draußen einfach ein bisschen freier bewegen können dass wir freunde verwandte wieder treffen können dass wir wieder feiern feiern können ich glaub ne und den frühling und den sommer nachher einfach auch ein bisschen mehr genießen können sag ich mal als letztes jahr wichtig ist ab 6.3. auch noch zu erwähnen sag ich mal dass man alles was jetzt mit freundschaften zu tun hat dass es hier darum geht sie zu pflegen auf jeden fall die nächsten sechs wochen mit menschen den man vielleicht nicht lange nicht in kontakt getreten ist wo man sich lange nicht gesehen hat ja sie hier einfach wieder ein bisschen mehr darum zu kümmern vielleicht verspürt man auch einfach dass den drang danach dieses zu tun der neptun ab 13.3. sag ich mal ist der dann auftaucht da ist für die liebe gut eben aber auch bitte vorsicht nicht die rosa rote brille aufsetzen aber da liebesmäßig könnte sich da einiges tun wie gesagt ab dem 13.3. aber bitte ja nicht mit scheuklappen durch die gegend laufen oder die rosa rote brille aufsetzen ist alles friede freude eierkuchen sondern schon auch ein bisschen die vorsicht walten lassen bis zum 27.3. sag ich mal fällt wird es vielen dann auch einfacher oder leichter fallen sag ich mal über gefühle zu sprechen alles was mit gefühlssachen eben auch zu tun hat was einem vielleicht vorher schwer gefallen ist oder was man für sich behalten hat bricht wahrscheinlich kann sein dass dann da dementsprechend was aus einem herausbricht auf jeden fall fällt es einem dann leichter über gefühle zu sprechen wie gesagt dann so bis zum 27.3. dann haben wir 17.3. 18.3. sag ich mal 18.3. kommt dann nochmal der vollmond in der jungfrau mit dazu der verspricht auch noch heilung transformation wer das gerne möchte können kann an diesem vollmond auch noch ein manifestationsritual durchführen wer sich damit auskennt wer spirituell da unterwegs ist kann dies gerne tun das ist ja der richtige vollmund dafür heilung in dem sinne dass wenn gesundheitsfragen bis dahin sag ich mal vielleicht ignoriert wurden sich die nochmal anzugucken oder es ploppt ganz plötzlich etwas auf was ja lange ein bisschen weggedrückt wurde drücken müssen wir so aus und dann aber auch dementsprechend wirklich behandelt werden möchte und da solltet ihr euch dann auch wirklich darum kümmern da werdet ihr große auch chancen haben sag ich mal dass da eine heilung heraus kommt dann also dann auf jeden fall gute heilungschancen da sind wenn ihr euch dann rechtzeitig darum kümmert es gibt ab 17.3. bis dann 25.3. für alle sag ich mal eine leicht kritische phase wo man auch ein bisschen finanziell aufpassen sollte auch was unfall und verletzungen angeht also eigentlich auf allen ebenen ist da ein bisschen vorsicht geboten nicht wie gesagt blindlings drauflos und was kostet die welt und jetzt ist alles ne friede freude eierkuchen also wie gesagt in der zeit vom 17.3. bis 25.3. gibt es hier eine leicht kritische phase wo man an allen ebenen auch ein bisschen einfach aufpassen sollte also gerade was unfälle finanziell und so weiter angeht so das erstmal dazu ich komme jetzt gleich zu den legungen ich habe heute die ziehe ich dann jeweils vor aus der akasha chronik für euch jeweils eine karte mit dabei von den energy oracle cards von dem schamanischen seelenorakel das packe ich alles so ein bisschen als gesamtbotschaft zusammen das cloudburst oracle ist auch mit dabei dann haben wir noch das neue schamanische traumorakel dabei das packe ich aber als gesamtbotschaft so zusammen dann bekommt ihr jetzt für nächsten monat noch einen zahlencode mit einer affirmation was das angeht wer sie gerne nutzen möchte da komme ich aber die ziehe ich auch speziell für euch dann in den jeweiligen legungen auch drinne als hauptbotschaften werde ich hier jetzt wieder die kombination wählen zwischen da ist in diesem orakel sag ich mal kartenzett ist gemischt ellenormand mit dem tarot zusammen das kennen viele die meinen kanal schon länger verfolgen kennen dieses kartendeck eigentlich auch das benutze ich auch sehr gerne weil das eine schöne mischung ist zwischen zwischen beiden aussage sachen ich habe hier die sanssouci cards noch als klärungskarte und notfalls auch noch mal wenn es wirklich sein muss lenormand karten allgemeine tendenzen werde ich jetzt vorher diesmal nicht machen sondern das ergibt sich dann lasse ich lieber hier ein paar mehr karten sprechen welche themen hier angesprochen werden sollen immer natürlich denkt bitte daran das sind allgemeine legungen kann und wird nicht unbedingt auf jeden zu treffen ich muss es jedes mal wieder sagen wenn ihr da spezielle hilfe für euch braucht fragen etc dann könnt ihr gerne über meine über meine webseite eine legung buchen vom letzten orake sag ich mal habe ich noch so ein paar auch abzuarbeiten erstmal auch noch mal vielen vielen dank für das schöne feedback von euch und dass doch einige für diesen preis sag ich mal neugierig waren deswegen habe ich das ja auch gemacht ja und da habe ich noch einige habe ich schon abgearbeitet einige werde ich noch abarbeiten und aber wie gesagt ihr könnt jederzeit auch über meinen kanal hier legungen buchen das 10 minuten für 10 euro werde ich noch ein klein bisschen für euch laufen lassen auch so jetzt als frühjahrs angebot für euch sag ich jetzt mal so für eine kurze frage oder wenn euch etwas bestimmtes beschäftigt werde ich das momentan noch drinnen lassen irgendwann werde ich es natürlich rausnehmen ist klar aber momentan habe ich mir überlegt werde ich es noch drinnen lassen wir haben in den letzten monaten alle alle sag ich mal sehr viel durch sehr viel erlebt jetzt geht es wieder vorwärts und wir sollen optimismus kommt jetzt wieder und ja auch für mich hoffe ich und ja das soll es dann hier bis dahin erstmal gewesen sein und dann sehen wir uns jetzt gleich in eurer persönlichen legen bzw was euer sternzeichen angeht bis gleich so hallo meine lieben schütze und schütze aszendenten ich begrüße euch ja ich will auch bei euch jetzt mal gucken was im märz los ist wir starten mit dem horoskop teil highlights kritische phasen irgendwie ob da im märz was für euch dabei ist das schaue ich jetzt mal bei liebe und beziehung wir haben eine schöne phase das ist gut vom 6 april dann wirklich bis in 6 märz bis in den april rein jetzt erhaltet ihr unterstützung von venus und merkur das ist günstig für liebevolle konstruktive gespräche das solltet ihr nutzen für aussprachen und um dinge zu organisieren bei denen ihr hilfe benötigt ihr habt jetzt auch guten kontakt zu geschwistern mit denen ihr einen plan machen könnt um euch bei familienangelegenheiten gegenseitig zu unterstützen auch mit euren nachbarinnen kommt ihnen gut aus der zusammenhalt mit menschen aus eurer unmittelbaren umfeld ist erfreulich so karriere und finanzen haben wir noch eine schöne zeit bis zum also jetzt bis zum 4 märz kämpfernaturen werden jetzt begünstigt wer sich für mehr einnahmen einsetzt bekommt am ende auch mehr also bloß nicht zu früh einknicken sogar wenn es sich zunächst nach einem aussichtlosen kampf anfühlt bleibt dran ob verhandlungen oder das einfordern von geld wer zäh und energisch ist gewinnt so dann gucken wir noch mal gesundheit und vitalität da ist soweit eigentlich alles in ordnung ja gut dann war es das erstmal für euch was das angeht und dann sehen wir uns gleich in eurer legung wieder bis gleich meine lieben so hallo meine lieben schützen und schütze ascendenten ja jetzt will ich mal bei euch gucken bei euch beziehungsweise auch bei mir ich bin ja auch schütze das wisst ihr ja aber tut jetzt nichts zur sache ich gucke ja allgemein je nachdem was die was das universum praktisch mit zu teilen hat ich habe jetzt schon ein paar karten vorgezogen bin ich jetzt echt mal ganz gespannt drauf den rest machen wir jetzt hier gleich live zusammen für euch und ich lege jetzt die erstmal aus ich will jetzt auch gar nicht mehr lange reden sondern wir legen jetzt auch definitiv los und dann gucken wir mal was sich hier zeigt vom seelenorakel ist gefallen oh das medizinrad ich bin der meinung das hat wenn wir auch schon mal vom motorakel haben wir oh das glücksrad wahnsinn wunderbar das heißt es wird jetzt alles besser meine lieben so dann haben wir vom energy oracle cards haben wir das fünfte chakra erzengel raffael ist mit liebe und mit gefühl und selbst akzeptanz bei uns hilft uns wunderbar wir haben von der akasha chronik ist gefallen wichtig tuerei du bist für dieses universum wichtig und aufgefordert dich selbst bedingungslos zu lieben ja hat was mit selbstwert und selbstliebe zu tun ne vom cloudbörse oracle ist gefallen integrität opfertum und informationsflut kommen wir gleich noch mit dazu und die affirmation für nächsten monat ist ich schenke mir selbst liebevolle aufmerksamkeit zahlenkombination ist 5 4 2 4 5 2 schreibt sie euch auf auch diesen kreis das was unten quasi zu sehen ist ist natürlich immer schwierig malt sie euch auf dem unterarm guckt euch die zahlenkombie immer wieder ansteckt sie euch was weiß ich unter das kopfkissen ja ist eine affirmation ihr sollt euch nächsten monat mehr liebevolle aufmerksamkeit schenken das heißt tut mal wieder was für euch selber hört auf euch selber so kommen wir mal hier zu den karten also 50 grad chakra erzengel raffael wunderbar das medizinrad fragt habt ihr die vergangenheit eure vergangenheit abgehakt ihr habt jetzt monatelang sag ich mal zeit gehabt hier in dieser richtung was zu tun ich glaube das wisst ihr noch aus den vorherigen legungen also ist die vergangenheit abgehakt beziehungen beziehungen toxischer natur beendet alles was nicht mehr zu euch gehört also hier sollen das medizinrad stellt verschiedene himmelsrichtungen norden süden osten westen ne und hier geht es praktisch immer darum sich sachen in seinem leben sag ich mal in dieses medizinrad rein zu treten sich praktisch jede in jeder himmelsrichtung aufzuhalten zu gucken was muss ich hier noch bearbeiten abgehakt aha gut das daran habe ich gearbeitet daran bin ich weiter das habe ich hinter mir gelassen beziehungen da habe ich ausgemistet momentan sind nur noch menschen bei mir sag ich mal die mir gut tun oder die ich für richtig halte drücken wir es mal so aus und ganz zum schluss im osten sag ich mal darum da geht es jetzt praktisch wie geht es weiter wie mache ich weiter welche pläne habe ich wie soll es weitergehen und dann tritt man quasi also man macht so ein resümee vom vergangenen jahr sag ich mal dreht sich einmal in alle hinsrichtungen und sagt okay da war das und das das und das habe ich jetzt bearbeitet und dann geht es praktisch zum osten weiter sag ich mal und hier geht es so wie geht es jetzt weiter welche pläne habe ich dann haben wir hier das glücksrad das ist natürlich eine super tolle karte freue ich mich natürlich glück und richtiges timing das heißt es kommt jetzt definitiv eine wende zum besseren alles wird zu gold was ihr jetzt anfasst was ihr vorhabt man kommt auf euch zu ihr steht jetzt praktisch im mittelpunkt man soll sich jetzt hier auch nicht mit den kleinen dingen in anführungsstrichen zufrieden geben klar man sollte sie anerkennen aber nicht mit diesem fitzelkram rumhüschern sondern wenn ihr groß denkt eigentlich dann tut es auch dann könnt ihr nämlich das große glück finden eine definitive wende herbeiführen in eurem leben also das glücksrad ist jetzt bei euch dann haben wir ja hier noch das fünfte chakra erzengel rafael hier geht es um das vierte chakra liebe mitgefühl und selbstakzeptanz zu zeigen und das wird euch zuteil werden sich selbst zu akzeptieren so wie man ist und sich so auch zu geben wichtig tuerei habe ich vorhin schon vorgelesen du bist für dieses universum wichtig und eben auch vor allem aufgefordert dich selbst bedingungslos zu lieben und zwar so wie du es bist das hat auch mit selbst etwas zu tun so integrität komm endlich zur sache du weißt doch was getan werden muss deine meinung die meinung anderer an dieser stelle ist unerheblich denn du besitzt genug weisheit um das alles zu entscheiden du selber kannst das entscheiden wir haben hier das opfertum du dachtest du tust das richtige sei nicht traurig schon bald kommen wieder bessere zeiten und genau die kommen nämlich jetzt wenn ihr euch als opfer gefühlt habt ja ich kann das gut nachgefühlen als opfer fühlt man sich auch manchmal und informationsflut achtet darauf wer dir was sagt nur eine dieser quellen spricht die wahrheit je ungewöhnlicher es klingt desto ehrlicher ist es gemeint darauf bitte mal achten so gucken wir jetzt mal in die allgemeine legung rein mein lieben was zeigt sich da für den schützen für den märz 2022 muss ich ja jetzt sagen muss immer aufpassen die 21 sachen so für den schützen hier geht es auf jeden fall schon mal ums zu hause ums feste fundament das eben auch die stabilität zu schaffen irgendwas unreif ist hier noch unentfahren oder ihr seid unentschlossen aber wir gucken gleich mal eins nach dem anderen ich fasse das jetzt gleich mal zusammen so ist es hier noch runter gefallen also ihr wollt auf jeden fall wieder stabilität haben die kraft habt ihr zuzupacken irgendetwas ist bei in irgendeiner sache seid ihr noch unentschlossen ihr seid aber definitiv bereit sag ich mal die verantwortung zu übernehmen oder hier auch verantwortung zu übernehmen es ist kein weg von heute auf morgen also nichts schnelles sondern es ist ein langsamer weg es entwickelt sich langsam aber mit herzlichkeit also mit herzensangelegenheit es kann auch sein hat auch etwas mit geborgenheit zu tun mit der atmosphäre diese zu schaffen sag ich mal irgendetwas ist hier negativ schlecht ausgegangen beziehungsweise da braucht ihr noch eure kraft für sagen wir das mal so oder damit es nicht schlecht ausgeht müsst ihr jetzt die verantwortung dafür übernehmen das passt was haben wir denn hier noch warte mal ich lass mal die die außer acht weil ich ziehe nur noch mal ob es was ist hier dazu ich schaue da noch mal genauer rein warum fällt das immer alles runter hier furchtbar furchtbar hier ist aber die metamorphose ist hier schon das vergangene ach alles klar also was ich euch sagen kann ist dieses mit dem regen hier und dieses unreife und irgendwo unbekümmert durch die gegend also irgendetwas ist hier in der vergangenheit ich sortiere das mal anders irgendwas ist hier in der vergangenheit negativ für euch ausgegangen das kam anders als ihr erwartet wurde das war erstmal für euch eine totale katastrophe da habt ihr euch auch es kam auf der einen seite unerwartet aber das ist hier definitiv vergangenheit meine liebe meine lieben das hat euch auch krank gemacht hier da habt ihr auch vielleicht mit eine rosa rote brille auf gehabt der rosa elefant sagt hinweist sich nicht immer nur auf die dinge konzentrieren die man nicht will achtsamkeitsübung ändere deine gedanken ändere dein umfeld aufmerksamkeit auf das lenken was man sich wünscht und erreichen will negativität ausblenden genau ich glaube und dann ist hier auch der seelenaufstieg und der schädel der vergangenheit das heißt man ist kurz davor sein glück zu machen es geht hier und deswegen auch jetzt check ich das auch es geht hier um dieses medizinrad es geht darum mit der vergangenheit abzuschließen was das was euch krank gemacht habt habt ihr damit abgeschlossen und dadurch dass hier eine vergangen die vergangene epoche gefallen ist wie liegt das bei euch in der vergangenheit ihr habt das jetzt so akzeptiert es ging schlecht aus es ging anders aus als ihr gedacht habt nicht auf jeden fall in eurem sinne und da habt ihr auch lange und zähne knirschen dran rum geknabbert drücken wir es mal so aus das war für euch ja eine tragödie ihr habt auf der anderen seite vorher bevor das aber passiert ist ihr habt es vielleicht auch schon geahnt aber vorher habt ihr das eigentlich noch so ein bisschen ja unbekümmert gesehen aber als es dann eingetreten ist hat euch das doch ziemlich mitgenommen drücken wir es mal so aus und dann habt ihr euch auch erstmal hier eine auszeit genommen ganz klar es geht aber jetzt darum sag ich mal hier deswegen ist diese hütte auch am anfang gefallen seinen festen platz wieder zu finden das heißt ihr seid jetzt dabei euch wieder etwas aufzubauen den kraft und den mut habt ihr und wir haben hier auch das glücksrad ihr seid auch die verantwortung dafür zu übernehmen oder auch allgemein verantwortung zu übernehmen da seid ihr da habt ihr gar keine probleme mit an etwas mit mit herz ranzugehen das zu tun was man liebt das zu tun woran einem gelegen ist ist auch vollkommen klar man ist ihr seid unterwegs zu eurem ziel definitiv das geht jetzt auch los dieses positive denken seelenaufstieg ist es gibt keine fehler nur erfahrungen eine lebensveränderung steht an den gleichen fehler kein zweites mal machen großer wissen uns erfahrungsschatz von krafttieren beschützt sein eine neue welt entdecken und etwas mit anderen augen sehen genau denn jetzt beginnt ja wie soll es jetzt für euch weitergehen dieses medizinrad hier das hier lasst ihr jetzt hinter euch dieses opfer diese opfer mentalität die ihr vielleicht bis jetzt hattet weil ihr dann doch nur für euch selber gar nicht mal nach außen hin aber für euch selber habt ihr euch als opfer gefühlt ich weiß nicht wie das anders ausdrücken soll und das universum liebt euch aber und ihr seid jetzt auch wichtig dass das ihr wichtig ihr seid wichtig und deswegen ist es jetzt auch so wichtig für euch etwas zu tun und ihr werdet jetzt glück haben meine lieben leben im hier und jetzt jeden tag genießen auskosten keine zeit mehr verschwenden nicht nur reden sondern auch machen bewusstseitserweiterung das glück festhalten nicht so ist das jetzt das richtige sondern das auch erkennen kommt mir so hier rein also dieses negative und was könnte passieren und so sind wir schützen ja auch manchmal wir sind uns ja auch manchmal ziemlich unentschlossen ich habe jetzt auch gerade so eine situation da stecke ich auch drinnen sag ich mal und da werde ich mir auf jeden fall auch jetzt nochmal die karten legen auf der anderen seite weiß ich eigentlich dass es von oben so gewollt ist ja wir haben die wolken genau nach den wolken und unklarheiten sag ich mal kommt auch wieder die sonne raus die unklarheiten die jetzt noch da sind die sich für euch noch zeigen das wird sich jetzt ändern da ihr werdet nämlich hilfe bekommen der hund durch freunde durch ne hier wird auch noch mal das wird auch plötzlich passieren was wird plötzlich passieren neu anfang und ihr kommt ins handeln ja was soll ich sagen meine lieben was wird plötzlich passieren der neu anfang das wird vielleicht so schnell gehen dass ihr euch überfahren fühlt alles was ihr jetzt anfasst was ihr jetzt anfangt wird zu gold ich drück's jetzt mal so krass aus da ist ein ihr bekommt vielleicht ganz viele informationen alles prasselt auf euch ein dies und das könntest du und hier und da was weiß ich vielleicht seid ihr auf neue arbeit suche oder kann alles möglich aber etwas in dieser informationsflug spricht die wahrheit einer ne und je ungewöhnlicher es klingt desto ehrlicher ist es gemeint und darauf solltet ihr mal achten meine lieben also habt keine angst überdenkt habt ihr das wirklich für euch schon abgehakt ansonsten hakt es jetzt definitiv ab es beginnt jetzt etwas neues für euch glaubt daran denkt je positiver ihr denkt redet euch das von mir aus jeden Tag rein ich schenke mir selbst liebevolle aufmerksamkeit mir geht es gut ich werde glück haben ich werde neue arbeit finden mein zuhause ich schaffe mir jetzt wieder ein festes fundament ihr findet wieder euren platz ihr kommt wieder da an wo ihr hingehört ihr werdet wieder dementsprechend respektiert ihr werdet wieder wahrgenommen ihr bekommt hilfe dabei es ist der neu anfang ist jetzt da soll ich euch sagen ja für die die natürlich das hier noch nicht ganz bearbeitet haben dauert das vielleicht eben auch noch ein bisschen das ist ja dann das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen zack jetzt im im märz und danach ist es vorbei sondern es ist auch ein weiterer weg das hat auch mit eurer entwicklung was zu tun kommt mir auch so rein hier mit liebe und herzlichkeit auch euch selbst gegenüber vorzugehen das freut mich das freut mich für euch wirklich das freut mich meine lieben wir sehen uns in kürze wieder ich wünsche euch dabei natürlich ganz viel spaß und glück in die alles was ihr anfasst wünsche ich euch wirklich da bin ich echt total bei euch ich mir selbst wünsche es natürlich auch und es ist verdammt schwer und ich weiß wovon ich spreche sag ich mal jeden tag wirklich positiv zu denken vor allem in den neuesten nachrichten jetzt wieder aber ich denke positiv und ich glaube auch dass es hier eine positive wendung geben wird meine lieben wir sehen uns in kürze eure prinzessin der kelche namaste meine lieben dann das ist ja Vielen Dank.